Hallo und willkommen zurück zum C-Sharp-Tutorial. Heute fangen wir endlich mit Klassen an. Ich sage endlich, weil ich mir vorstellen kann, dass bestimmt einige von euch da schon drauf gewartet haben, denn Klassen sind im Prinzip ein Grundkonstrukt in C-Sharp. Man kommt um Klassen nicht drum herum. Wir haben sogar bisher schon mit Klassen gearbeitet, ohne es so richtig zu wissen, denn wenn ihr mal genau guckt, hier oben steht Class. Klassen sind genau deshalb so wichtig in C-Sharp, weil Klassen Objektorientierung ermöglichen und Objektorientierung ist ein sehr wichtiges Konzept in C-Sharp. Es gibt viele objektorientierte Sprachen und bei manchen Sprachen ist Objektorientierung ein Feature, das man nutzen kann, aber nicht nutzen muss. Zum Beispiel ist das in C++ so. In C-Sharp ist das anders, denn wie ihr seht, wir haben jetzt schon eine Klasse. Man kommt um Objektorientierung in C-Sharp nicht drum herum. Alles ist eine Klasse. Daher könnt ihr euch vorstellen, dass das Thema uns die nächsten Episoden erstmal noch begleiten wird. Heute soll es allerdings erstmal eine kleine Einführung geben, damit ihr grundlegend wisst, was eigentlich eine Klasse ist. Und dafür erstellen wir uns erstmal eine neue Klasse und das macht man in den meisten Fällen auch direkt in einer neuen Datei. Dafür gehen wir hier rechts hin, machen einmal Rechtsklick, sagen dann Hinzufügen, Neues Element und dann ist hier oben direkt eine Klasse und diese Klasse nennen wir jetzt mal Human. Also wollen wir eine Klasse für einen Menschen erstellen. Wenn wir jetzt hier auf Hinzufügen klicken, dann seht ihr das Einzige, was das eigentlich bezweckt ist. Hier rechts wird eine neue Datei erstellt, die Human.cs und dann wird dieser Code automatisch darin generiert. Falls ihr nicht mit Visual Studio arbeiten solltet und das Ganze dann händisch machen wollt, dann müsst ihr also im Prinzip einfach nur in eurem Projekt eine Human.cs erstellen und diesen Code abschreiben. Wobei theoretisch, dass hier schon viel zu viel Code ist. So viel bräuchte man gar nicht. Also dieses UsingDirect ist hier oben, also System und vielleicht noch CollectionsGeneric. Die sind ganz interessant. Die drei bräuchten wir jetzt theoretisch nicht. Sie schaden aber auch nicht. Ansonsten haben wir hier einen Namespace. Das sagt euch im Moment noch nichts, aber das lassen wir einfach mal da. Und dann haben wir hier unsere internal class Human. Und dort sage ich mal, dieses internal, das ist im Moment eigentlich auch irrelevant. Das mache ich mal weg. Es könnte auch da bleiben, aber ja, eigentlich brauchen wir es nicht. Okay, jetzt haben wir hier eine class Human. Und im Prinzip erstellen wir damit einen neuen Datentypen. Das kann ich direkt mal jetzt in program.cs demonstrieren. Ich kann jetzt bereits sagen, ich mache einen Human. nenne den zum Beispiel H. Und das ist gleich ein neuer Human. Gut, das funktioniert, bringt uns allerdings im Moment noch nicht viel, denn unser Human kann ja nichts. Also da steht ja nichts drin. Und das ändern wir jetzt, indem wir unserem Human Variablen geben. Und da kann man sich überlegen, ja was genau braucht denn so ein Mensch? Da kann man sich jetzt alles Mögliche ausdenken. Zum Beispiel braucht ein Mensch ja einen Namen. Das heißt, wir machen ein public String Name und dann einfach erstmal ein Semikolon. Denn wir weisen im Ganzen jetzt nochmal kein Wert zu. Das ist möglich, machen wir jetzt allerdings an der Stelle nicht. Dann braucht ein Mensch zum Beispiel noch ein Alter. Dafür sagen wir public int age. Semikolon. Euch könnte vielleicht verwirren, dass ich hier jeweils public immerhin schreibe. Das macht ihr am besten erst einmal einfach. Wir werden in einer der nächsten Episoden klären, was es damit auf sich hat. Im Moment schreibt es einfach hin, denn sonst funktioniert es nicht so, wie wir es erwarten würden. So, dann machen wir nochmal eine dritte Variable. Und zwar kann man sich ja auch überlegen, so ein Mensch hat ja für gewöhnlich auch Freunde. Das sind dann andere Menschen. Also sagen wir, wir machen eine public List von anderen Menschen und das Ganze werden unsere Freunde. Aber mit einem großen F. Okay. Damit haben wir erst einmal unsere Klasse definiert. Man könnte natürlich noch mehr hinzufügen, aber das reicht uns jetzt erstmal. Jetzt gehen wir wieder in unsere program.cs, wo wir unseren Menschen bereits erstellen und dort können wir jetzt mit h Punkt auf unsere Variablen zugreifen. Also ihr seht hier einmal age, einmal friends und einmal name. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, wir benennen unseren Menschen zu Hans. Dann sagen wir, Hans ist 19 Jahre alt und gut, Freunde können wir noch nicht hinzufügen, denn wir haben noch keinen anderen Menschen. Deshalb erstellen wir jetzt einfach mal einen weiteren Menschen. Dafür sagen wir, human d ist gleich new human. Diesen Menschen nennen wir einfach mal Dieter. Und hier ist ein d zu viel. Dann sagen wir, d Punkt age ist gleich 17. Und jetzt können wir noch gucken, dass wir unsere beiden Menschen miteinander befreunden. Das heißt, h hat jetzt den Freund d Und d hat den Freund h So, jetzt gucken wir doch mal in unsere human.cs, denn an der Stelle wäre es dann ganz gut, wenn wir unserer Liste dann direkt einen Startwert geben. Das heißt, wir sagen hier einfach mal ist gleich new. Denn unser Name und unser Alter, die brauchen jetzt keinen Startwert. Die kriegen dann automatisch trotzdem einen Startwert. Auch die Liste würde automatisch trotzdem einen Startwert kriegen. Aber das ist dann so ein bisschen schöner. Dann haben wir der Liste einfach schon mal etwas zugewiesen, denn im Prinzip haben wir hier immer gesagt, der Name ist etwas, das Alter ist etwas. Aber die Liste haben wir jetzt einfach nur stumm verwendet, ohne sie vorher zu erstellen. Deswegen machen wir das Erstellen bereits hier. Okay. Das soll erstmal so als kleine Einführung genügen. Wir haben jetzt im Prinzip einfach einen neuen Datentypen erstellt, der dann aus verschiedenen kleinen Variablen besteht, die dann einfach das große Ganze beschreiben. Das Ganze kann man natürlich dann später auch noch sehr gut verschachteln. Also stellt euch zum Beispiel ein Auto vor. Ein Auto besteht ja zum Beispiel aus Reifen, aus einem Lenkrad, aus Innenausstattung und sonst was. Und dann kann man natürlich Klassen für all diese Unterteile erstellen. Also man erstellt eine Klasse für Reifen, eine für das Lenkrad und so weiter und so fort. Und dann erstellt man später eine Klasse fürs Auto. Und dann besteht das Auto nicht nur aus Integern und Strings, sondern das Auto besteht dann direkt aus Reifen, aus dem Lenkrad und sonst was. Und die haben dann irgendwann intern natürlich Integer und Strings und so weiter und so fort. Auf jeden Fall kann man damit dann sehr gut solche größeren Elemente strukturieren. Dann noch mal kurz ein paar Verständnissachen. Wenn wir hier die Klasse Human machen, dann ist Human wirklich unsere Klasse. Wenn wir dann hier ein Human H erstellen, dann ist H nicht mehr die Klasse, sondern ein Objekt. Und zwar ein Objekt von der Klasse Human. Also einfach mal für die Begrifflichkeit. Dass ihr wisst, was ist ein Objekt und was ist eine Klasse. Die Klasse beschreibt im Prinzip ja den Bauplan. Also das alles hier. Und ein Objekt ist dann eine Instanz dieser Klasse. Gut, und ansonsten möchte ich vielleicht nochmal kurz anmerken, dass ihr bereits mit Klassen und Objekten gearbeitet habt. Ohne es so direkt zu wissen. Denn Integer und Floats und sowas, das bezeichnet man meistens als primitive Datentypen. Das sind keine Klassen. Aber ein String zum Beispiel ist schon wieder etwas komplizierter. Ein String ist bereits eine Klasse. Genauso zum Beispiel unsere List. Ihr seht ja hier, dass wir die auch mit dem New Keyword erstellen. Und das deutet dann auch wieder direkt darauf hin, dass das Ganze eine Klasse sein könnte. Gibt auch Ausnahmen, aber in den meisten Fällen ist es dann eine Klasse. Also ihr seht, im Grunde sind Klassen sehr tief verankert in C-Sharp. Denn ihr verwendet sie bereits die ganze Zeit. Okay, das soll es dann für heute aber auch gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen grundlegenden Einblick darin bekommen, was eine Klasse ist und wofür man sie verwendet. Natürlich war das hier nur sehr grundlegend. Klassen sind bei weitem mächtiger als das, was ich bisher gezeigt habe. Wir werden in den nächsten Episoden das noch stark vertiefen. Also das war nur die Spitze des Eisbergs. Falls dazu aber noch Fragen da sein sollten, gerne in die Kommentare damit. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video mal wieder gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!